Lieber Dr. Sommer, gestern habe ich einen total süßen 13er vom Elgi gesehen. Ich weiß aber nicht, wer er ist und ich traue mich auch nicht, ihn zu fragen. Kannst du mir einen Tipp geben? Helena 13. Helena, ich habe die neue Frage, wo? Oh, da muss ja meine Frage drin sein. Liebe Helena, in der neuen Elgi-Abi-Zeitung werden alle deine Fragen beantwortet. Dort findest du nicht nur die Infos über deinen Schwarm, sondern auch noch viele anderen tollen Typen. Die Aufentfrage ist allerdings limitiert. Also beeil dich, dein Dr. Sommer-Team. Cool, dann holen wir uns schnell einig. Ja, Maria!